Für mich ist super wichtig, dass ich eigenständig bin, dass ich die Preise selber kalkulieren kann, dass ich auf niemand anderen angewiesen bin und fremdbestimmt bin, sodass ich nach wie vor mein eigener Unternehmer bin. Also zuerst hatten wir einen kleineren Betrieb und dann hatten wir umstrukturiert und hatten hier in Singen einen größeren Betrieb gekauft und haben jetzt so die sparten Innenraumbegrünung, Floristik, Friedhof und Gärtnerei. Für uns ist es wichtig, dass wir einen Vergleich haben untereinander mit ähnlichen Betrieben und das bietet natürlich die Erfa-Gruppe, bei der man auch die Kennzahlen vergleicht und sieht, wo man ungefähr liegt. Was auch ein weiterer Grund war, warum wir gesagt haben, wir kaufen diesen Betrieb hier in Singen und erweitern diesen. Durch das, dass wir jetzt einen anderen Standort haben, haben wir viel mehr Zulauf. Der Umsatz hat sich nahezu fast verdoppelt. Also für uns hat EkaFlo einiges bewirkt. Wir würden es wieder machen, insbesondere auch wenn man in der Situation ist, mit starkem Wettbewerb zu kämpfen, können wir es nur weiterempfehlen. Ein Vergleich mit anderen Betrieben und wir sind bei der EkaFlo richtig aufgehoben. Seitdem wir vor drei Jahren uns dazu entschlossen haben, ein Tag Achtung zu werden, hat sich unser Umsatz deutlich gesteigert. Ich übernahm den Betrieb im Jahr 2000 als Großhandelsbetrieb, wo 92% der Umsatz mit Großhandel war. Wir entschlossen uns, dass wir eben mehr Endverkauf machen und dadurch jetzt auch die Ware, die wir draußen auf den Feldern produzieren, hier im Betrieb vermarkten. Unsere Kunden wollen eigentlich abgehärtete Ware von hier und die produzieren wir auch noch weiter. Es war der richtige Weg und es ist der richtige Weg. Unterstützung der Firma EkaFlo hat uns dahingehend weitergebracht, dass wir eben unseren Betrieb neu strukturiert haben, neue Wegeführung gemacht haben, Etikettierung neu gemacht haben, Werbung neu gestaltet haben, eben das ganze Erscheinungsbild vom Betrieb neu überdacht worden ist und auch durchgeführt worden ist. Ein Detail, was wirklich super ist, war die Zahlen mit dem Pylon, dass man den draußen aufstellen sollte haben als Werbefläche. Und darauf sind wir stolz, ja. Durch das gemeinschaftliche Marketing kann ich jederzeit frei entscheiden, wann ich welche Werbemaßnahmen mache und habe somit alle meine Kosten im Griff. Da wir jetzt seit ein paar Jahren 1er Gartenbetrieb sind, sind wir sehr stolz drauf und ich kann dies nur jedem Gärtner empfehlen. 1er Garten hat mir sehr geholfen vom Schritt vom leidenschaftlichen Gärtner zum Unternehmer, wobei ich aber nach wie vor noch Gärtner sein darf. Also durch den Ausbau unserer Gärtnerei haben wir ein neues Konzept gesucht und natürlich größere Auswahl und neue Lieferanten gebraucht. Da kam uns natürlich 1er sehr gelegen und wir sind also sehr zufrieden und es hat uns auf jeden Fall die Horizonte geöffnet. Also ein Wechsel vom Einzelkämpfer zum Gemeinschaftstier, sage ich, ist auf jeden Fall gelungen mit 1er Garten. Also ein Riesenunterschied ist natürlich die Auswahl, den gebündelten Einkauf, auf jeden Fall ein Preisvorteil. Es ist jeder für sich individuell, was uns auch sehr wichtig war, nicht so festgefahren wie in teilweise anderen Konzepten. Auf der anderen Seite ist aber durch die Bündelung und durch die Gemeinschaft einfach viel mehr Antrieb dahinter. Nach wie vor haben wir eine starke Eigenproduktion, was uns auch von vielen filialbetriebenen Gärtnereien oder Gartencentern abhebt. Und ich habe nach wie vor die Möglichkeit Gärtner zu sein, was uns auch sehr wichtig ist. Also wir brauchen natürlich um einiges mehr Lieferanten seit der Umstellung, was die E-K-Flo natürlich anbietet. Und es ist für jeden das Richtige dabei. Durch die besseren Preise sind wir natürlich um einiges leistungsfähiger und im Wettbewerb natürlich klar im Vorteil. 1er Garten bietet für mich 1er Produktauswahl, beste Lieferanten, beste Preise, was will man mehr? 1er Garten bietet für mich 1er Produktauswahl, beste Lieferanten, beste Weltkfeder, was will man mehr? 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 Untertitelung des ZDF, 2020